Wiesel, Ameise, Igel und Sack verwandelt den Wolf in Rumburak. Was hast du dir dabei gedacht, den einzig sprechenden Wolf im gesamten Königreich zu erschießen? Das habe ich nicht getan, königliche Hoheit. Das war ein gewisser Meier, der Menschenwelt angehört. Und du denkst eben immer nur ans Heiraten. Was redest du da für einen Unsinn? Du bist einfach dumm und hast von nichts eine Ahnung. Das haben Sie sehr gut gesagt. Es gibt uns also gar nicht Ihrer Meinung nach. Sie werden es ja dann bald erfahren, ob es Märchen gibt oder nicht.